Wir müssen Schluss machen. Oben in Wohnung, das geht nicht weiter. Du hast Melanie und Kind. Ihr seid jetzt Familie. Wenn man ein Baby bekommt, dann kann man ruhig mal anrufen. Ja, danke Mama. Gibt's sonst noch irgendwas? Aus einem Paar wird deine Familie. Mama, du machst deins und ich mache meins. Okay? Verstanden? Neue Restaurantsführer. Bist dann raus, hm? Nee, ich bin raus. Nicht schon wieder. Und nicht noch einen Toten. Sie müssen sich darauf vorbereiten, dass er aufwacht und sie nicht wiedererkennt. Ich halte es nicht mehr aus. Komm wieder zurück. Ist was mit Lennart? Er ist aufgewacht. Das war eine Scheißzeit im Koma. Ich bräuchte nur ein paar Fakten über ihre Familie, ihre Mutter, ihren Vater. Er beschäftigt sich mit der Vergangenheit. Es wird Zeit, dass Lennart endlich erfährt, wer er ist. Ich habe ein Recht darauf zu erfahren, wer mein Vater ist. Von mir aus gib ihm noch mehr Geld. Aber diesen guten Namen, den zieht niemand in den Dreck.